Und willkommen beim Hafensänger, mein Name ist Antje und wir haben heute ein Abendlied aus dem Böhmerwald, das in der Grundtechnikmappe drin ist und es eigentlich ziemlich einfach und entspannt ist, weil ein Abendlied nun mal einfach und entspannt sein sollte, sonst ist es nicht zart und man schläft auch nicht dabei. So, ihr habt eigentlich das, was ihr schon alle könnt. Ihr braucht die Technik vom Foxtrot mit den Zählwerten, dass immer der kleinere Notenwert den größeren auszählt und ihr dann genau wisst, wo ihr weitergehen müsst. Ihr habt hier einen Auftakt, der keinen Begleitton hat, da geht ihr einfach schon vorher auf den nächsten Begleitton drauf. Ansonsten gibt es hier eigentlich keine Schwierigkeit. Schön spielen ist die Devise und wenn ihr wollt, könnt ihr in diesem Stück die sogenannten Sprungspieler, Fungbretter, so heißen sie bei mir, anbringen, dass ihr immer die letzte Achtel, also wenn ihr im Takt hier diese letzten Achtel vor der betonten Stelle, den könnt ihr noch so einen kleinen Tritt geben, ja, dass sie wie so ein Übergangston sind, das macht es ein bisschen lebendiger, da gibt es so ein bisschen so Wellen, ja. Ich spiel's euch mal vor. Ich spiel's euch mal vor. Ich spiel's euch mal vor. Ich spiel's euch mal vor.